Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich bin heute hier, um noch ein paar Sachen zu probieren. Anhand eurer Reaktion ziehe ich trotzdem durch. Leute, ganz kurz. Das Wichtigste ist, was meine Message jetzt überhaupt in dieser kurzen Zeit ist, die ich jetzt noch habe. Wir sollten im Alltag ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, positivere Laune, bessere Laune. Wir sollten uns nicht von der klassischen Berliner Mentalität anstecken lassen. Das würde ich damit sagen. Ihr wisst, guck mal, ihr lacht schon. Ihr isst so, oder? Das reicht ja schon, wenn du ein Paket morgen zugestellt bekommst. Zustellung zwischen 7.30 Uhr und 19 Uhr. Und du bist den ganzen Tag zu Hause, wartest dort wie ein Bastard. Und dann kriegst du eine Mail, konnte nicht zugestellt werden. Du, Muchensohn, weißt du mal, das ist, ihr wisst, was ich meine. Das ist Berlin, oder? Ey, dann darfst du dich aber... Ja, danke, vielen Dank. Ich grüße dich im Haus an DHL, GLS und wie die anderen reißen, Alter. Ey, ist echt wild, oder? Deswegen bestell ich nichts mehr, Digga. Ich gehe direkt in den Laden und sage, ich hätte es gern geliefert. Ja, das ist... Ich gehe direkt in den Laden und sage, ich geheфф kryспosition.